Musik 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 jetzt da spring doch ich wieso sollte ich springen das neue Mann haben das Leben eingesammelt du wolltest das mit ja ich rede mit mir selbst wenn nicht springt komm keiner danke ich war ja noch ganz oben ausgewichten nein haben wir boing ich kann es noch bei mir oder bei dir bei mir ja ah mischt jetzt alles nicht blöde Tür aber das Ding gerade die andere Attacke hast du d d d um reden nicht vergessen ja ja es ist gerade so spannend da wer noch es ist nicht von Sonic für eine H1 es kommt von den Dinos von Disney der Mann nach Traum waren ja ich weiß das Mensch doch gar nicht wenn diese Abschussdinger die Pistos das Brust von auch für ihn sich nehmen an die Konferenz können wir aber ich habe keinen Plan wirklich ist ja auch nicht so wichtig wer es weiß schreibt es in die Kommentare ist dann zumindest was sinnvolles anstatt willst du es haben? nee ist dann zumindest was sinnvolles anstatt immer nur erster oder ihr seid so scheiße nein halt den will ich haben ist doch klar Ressler Jojo Spieler das kannst du dann einsaugen ne und dann ja hm was kommt jetzt eigentlich ach Moby Kick oder nein Moby Kick nein stimmt ja die können wir alle erst viel später ja verdammt woher kenne ich die Situation gerade eben da habe ich nicht gewonnen wie es halt sein sollte das Leben so wie es sein soll aber nein wir machen keine Werbung äh hast du unsere Punkte gesehen? äh nein schau da mal jetzt drauf 3 2 5 5 da hat er hat er hat er hat er Prozent und ist das Städtisch die dritte die dritte die dritte und kann auch was lustiges Warte Donner Trampler gut 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 zu lösen da unten drüben 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 ja falls es manche Leute noch nicht bemerkt haben ich bin erkältet ein wenig hierfür manche Leute ist schon bemerkt haben den ist es wahrscheinlich egal ich hab's den aufgemacht r drüben würde ich doch ich wollte noch einen vorgegriffen ich mag so plätsch das abletzt versorgen Brie die sind lustig dann geht J die Tocicom gespielt werden was soll er in der Stimme ich habe die Götter warum ich auch was und fixiert aber nicht und drüben 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 die Götter Tüte zu tun war es erst vor aber wenn er über die Anwesenheit und jetzt zu Blöckens es war nicht mal Börl aber kann man mit dem die Kummer her das ist ein Pläne natürlich kannst du mit dem vogel fliegen küss mich das kann man jetzt gar nicht schwul oder so nein überhaupt nicht du und schwul ich bitte dich soll ich mal ärgern alles geflutet so warte jetzt kannst du fliegen die warte mal das kannst du davor auch schon im geheimgang nicht wirklich ich brauche jetzt sind du mal die lute an hier dein fehler jetzt den ich vielleicht nicht gebraucht dann bringe ich mit lasse ich mal von ihm umbringen und kapiert habe ich seine fähigkeit ja aber oder nur ich will nicht einsam aus dem hausse nach wieder volles leben freudig dort drinnen jetzt einfach zu bringen hier ist ja gut das finde ich irgendwie cheating zum sein es ist ein Haus in der Welt ja das ist Prozent schön und Bampard haben wir es ist okay wenn du so drauf stehst aber ich bin ja nicht so für die heißen Wachen es ist eine Frage auch Konflikte auch wozu hast du Flügel Vorsicht dass sie nicht von Tacker waschen ich kann ja ja ich komme Red Moro es hat ganz schlecht dann war noch ganz gut aber ich bin meine Mutter hat allgemeine Informationen gegeben man wissen zu die per mir den Stern war jetzt das dass er das zwingende verlebt mich doch einfach wieder kannst du dafür bräuchten Fähigkeit Lille natürlich das ist doch eine Fähigkeit ich bin kein Ärger in Handeln also belebe ich dich nicht wieder denn wenn ich das tun wirst du garantiert ein dieser netten Herren belästigen und wenn sie mich töten da ist der zweite Bombe Adepadepadep Prozent 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 genau du hast genau lief die beste Fähigkeit erwischt jeder braucht sie hätte ich mit mir gleich sehen dann gekümmert geben das ist eine der nöten die der besten was gerade ist ein das ist es nein 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 und das ist die bock hängen neben uns okers moment überwiegt nicht normalerweise der stern eigentlich schon geht nur noch auf den anderen haben wir haben was verpasst so ein da war ja er hat so weit verdeckt die Sicht auf dich neidete so achten und jetzt schon deine Welt machen oder wollen wir noch mal in zweitens die gebraucht übernimmt wird sich wird blöde Frage 3, 2, 1, go! Pam-padam-padam-papam Halt! Bist du taub! Eventuell. Du hast mir vorgelegt. Jupp. Das war auf der Stelle mit den heißen Steinen. Da brauche ich mir Bonkers, habe ich recht? Nein, kommst du drauf. Warum haben wir ihn ja nicht mitgenommen? Weil ich das nicht gewusst habe. Dann können wir doch hier gleich wieder rausgehen. Wir können hier nicht einfach rausgehen, habe ich recht? Do you wish to return to the map? Yes, is of X. Wo habe ich X? Bald. Da. Da, 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 da. Ah! Okay, ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Können wir hier einen Cut machen? Wir können hier mal ganz kurz einen Cut machen. Nur, wir machen einen längeren Cut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.